Der Arbeitgeber will KI einführen im Betrieb. Betriebsräte handelt, wartet nicht, tut etwas. Was könnt ihr als Betriebsräte machen? Der Arbeitgeber muss euch bereits bei der Planung, ob und welche KI-Systeme er später einführen will, beteiligen, sich mit euch beraten, euch vollumfänglich darüber informieren, was die KI kann und welche Auswirkungen diese auf die Mitarbeiter haben wird. Dazu habt ihr auch immer die Möglichkeit, Sachverständige hinzuzuziehen. Später, bei der konkreten Inbetriebnahme des KI-Systems, muss der Arbeitgeber sogar sich eure Zustimmung dazu einholen. § 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz regelt das. Es wird empfohlen, hierzu eine Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber abzuschließen, welche Haftungsfragen, arbeitsrechtliche Fragen, datenschutzrechtliche und urheberrechtliche Fragen verbindlich und zum Schutz eurer Mitarbeiter regelt. Wollt ihr mehr zu dem Thema KI und zu anderen spannenden Themen erfahren, folgt uns auf dem Kanal der WAF. Wollt ihr mehr zu? Ja, wir können uns auf das erste Mal auf den Kanal der Website beurteilen. Wir können uns auf das nächste Mal auf den Kanal der Website trustige und zu einem